Die irdische Gerechtigkeit muss zur Geltung kommen. Das verlangt das Gemeinwohl. Aber überall sehen wir nur Eigennutz, Selbstsucht, Wucher, Schiebertum, Widerwillen. Ja, Hass des einen Standes gegen den anderen. So weit geht der Mangel an Solidarität, dass sich sogar die Anhänger derselben sozialistischen Richtung mit einem Hass verfolgen, der ganz unglaublich ist. Was geht denn das denen an, der soll das Mahl halten? Wer sagt, er sei im Licht und seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und der weiß nicht wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blendet. Die frommen Sprüche kann er sich sparen, der Jesuit. Die Rettung aber kommt nicht von außen. Terror und Gewalt können da nicht Vorbild sein. Die Erneuerung des Menschen muss von innen kommen. Der Mensch darf nicht unter die totale Macht des Staates geraten. Und der Staat darf auch nicht die letzte Autorität sein. Der Staat darf auch nicht die Existenz des Menschen für sich alleine beanspruchen und er darf sich auch nicht in die Erziehung der Kinder einmischen. Der Hauptsache aber brennt. Mit der Pfaffenwirtschaft muss er Ruhe sein. Der Gehorsam des Christen gegenüber dem Staat wird von seinem Gehorsam gegenüber Gott geleitet. Und die Verkündigung des Evangeliums muss das öffentliche Leben mitbestimmen. Denn ein Staat ohne Religion, der geht zugrunde. Dein Gott ist schon verreckt und du musst auch noch hinwerden. Der scherste nämlich. Unbesiegbar ist. Wer liebt, was nicht entrissen werden kann. Die Reden wollen alles da nicht, die überall Menschen, die sie hängen. Was ist das? Geh! Mein Kind, der Gnitt, du schwarzer Hund! Hau doch ab! Hau doch ab! Hau doch ab! Hau doch ab!